willkommen zurück hier beim schönen spiel und zwar bei wie heißt es hier genau so heißt es nein dings nach komm sie die skylights jetzt geht es aber los ok machen wir hier mal die verlassenen gebäude wieder weg hier was sonst nichts zu tun arme gebäude hier werden umsonst gebaut von der stadt und werden verlassen müssen wieder abgerissen werden so hier ist noch eins da auch das falsche okay so was wollte ich noch letztes mal bauen ich glaube was mit dem hafen war es genau ist das doch also bustippo das wollen wir jetzt nicht als er frachthafen und hafen nur genau das war das ist keine verbindung möglich keine routenverbindung warum nicht geht nur hier oder was sich verarschen weißt du kann ich doch nicht in industriegebiet stecken aber da hier kann ich es machen machen was hier machen wir es dahin ja hier ist gut das ist gut über schiffe besuchen und verlassen passagiere die stadt mehrere probleme das ist auch so ein problem das ist aber auch blöd oder ach ne ist ein bisschen außerhalb das passt schon machen wir hier mal einen weg hin genau hier so ein weg machen wir hier einen weg hin und da so oh das ist verlegt so ich würde auch hier hinten ja jetzt zusammentun hallo hä warte mal so ja sowas ist so schwer zu kapieren oder was oh da kommt ein schiff hey cool transportfrachthafen lädt cool das ist geil ja genau fahr noch durch die brücke genau aber es ist schön das finde ich jetzt cool ok ich bin mal gespannt wie er es macht schauen wir uns das mal an Besitzer Kenmont ist ja lustig oh guck mal was passiert jetzt da aha was hat jetzt da forstwirtschaft sehr lustig das ist cool alles klar gut dann machen wir hier mal auch das Wasser hin machen wir unter Wasser äh 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 dann machen wir es gleich so ja das soll ich gleich mit anknüpfen ok und natürlich den strom noch dann machen wir es ein bisschen kleinbau auf dem wasser oh je hä was soll ich das jetzt machen hm Solarkafel bauen jetzt oder wie oder was jetzt gefälle zu steil äh ha 8 20 40 120 1600 160 ja toll wirklich der oberwahnsinn das heißt wir ah hier ok machen wir es davon darüber nee nicht das strommasten machen wir mal das da so das müssen wir jetzt so machen das hilft nichts einfach mal quer rüber jetzt das hilft nichts immer so machen so normal betrieb oh da kommt schon ans was ist das transport vier passagiere von oh halleluja ein schiff wird kommen es wird kommen wow oha wie fährt denn das ein äh ups alter das schiff will ich aber nicht sein kein wunder dass die kosten concordia hier ha abgestützt ist ne gut ey ne gesunken ist nicht abgestützt hallo äh alter was ist da los die verarschen hä weg ist denn ist doch ja wieso muss man die ganzen häuser hier verlassen das gefühl ich nicht haben sie keinen bock mehr oder was oder wie da hinten klappt es doch auch verstehe ich nicht hallo das war wieder das falsche aus natürlich so okay dann können wir ja hier wieder Industriegebiet machen ne genau machen wir hier Industriegebiet gut jawohl hier auch so Industriegebiet So hohe Nachfrage Dann passt's ja So, Wasser haben sie Okay Hier müssen wir noch Wasser machen Haben die schon? Ne, haben's nicht Soja So Wunderbar Ey, die regen mich so auf, ne? Könnt ihr nicht endlich mal die Häuser lassen Und mal drinbleiben? Was soll das scheiß? Was sagen die? Nicht genügend Verkaufswahn Puh Oh Mann ey Nicht genügend Verkaufswahn, okay Na gut Dann war's das jetzt erstmal hier von City Skylines Und beim nächsten Mal werde ich mal gucken Was ich da machen kann Bei diesen Sachen da Also wir bauen die noch Na egal Okay, dann bis zum nächsten Mal Hier bei City Skylines Tschüss 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 Shannon onsider filled LAN